Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Play Adventure. Ich spiegle die Map, also ich lese die App, ich weiß nicht, dass alles steht, weil das drin ist. Willkommen zu Bring Me Water, Ersteller Alchemist, Minecraft 1.0.0. Regel, Spiele auf Peaceful, es dürfen weder Blecke gesetzt noch zerstört werden, außer es wird danach gefragt. Stell dir eine Helligkeit auf Molly. Option, Video-Setting habe ich. Peaceful war das, ne? Da. Quest 1. Seht dich etwas um, vielleicht lernst du Pinky Can. Hauptziel, suche und finde den Eimer. Es ist jetzt so ein kleines Let's Play. Naja, klein. Ich hab's jetzt einfach mal genommen, weil ich einfach mal Bock hatte. Let's Play zu Let's Play. Let's Adventure zu Let's Play. Wenn der Eimer gefunden wurde, draußen. Was? Wenn der Eimer gefunden wurde, draußen den Baum fällen und Leitern craften. Ich weiß nicht, was hier Natur ist. Äh... Es scheint da rein zu müssen. Ne, doch nicht. Ähm... Nehme ich das? Das... Das... Das ganze Brot nehme ich einfach mit. Ja. Also, wie gesagt, das Hauptziel ist, das hier alles zu finden. Also, den Eimer. Ähm... Oh, alles. Oh, alles mit. Äh... Äh... Da. Da. Oh, jemand. Eimer. Es ist mit Goldfleisch. Das war... Ein... Von, nein, den Eimer! Ja, es hat man braucht ihn! Ja, ich hab's mal bisschen. Da war doch noch was. Da war mir doch mal die Leitern. um ich möchte man hier die Welt der Grund hat zwar wasser aber ich kann es ohne Eimern nicht schöpfen endlich geschafft auf der Kieb Eier auf dem Kieb Prozent Uhr und auch in der Wand Juhu das ist und nicht zu Wort Acknett an da sehe ich es weckt im Grunde nicht er hat sich aber wollte jetzt bei der Art weg ob das ist die Verlierung mann Stiftung ein weiterer Städte auch die Bauter den Baum Kripp vorallek Geil. Ähm. Okay. Ich sag einfach mal nichts. Ich will jetzt aber nicht durchrennen. Äh. Das, das, das. Das, das und das. Einen Moment mal kurz zu sehen, weil ich es glaube ich oft beschäftigt stellen. Sieht aus, als wäre ich hier unten gefangen. Ich muss einen Weg, ich, ich, ich muss einen Weg hier raus finden. Aber nur wie. Quest 2. Äh. Reiche das Ende und Schere zum Haus. Ähm. Einfach. Mittel. Äh. Spring mag ich ja nicht. Was ist denn einfach? Da ist Lava. Hm. Ich geh mal in den Mittel rein. Ich kann nicht so gut springen. Oh. Ist irgendwo Wasser wo ich mich löschen kann? Natürlich nicht. Oh. Und direkt am abkacken. was ich hier sehe. Auf die Nachwärtsstoff. Nur einfach. Oh. Oh. Eine Handkrieck. Mal hat Gleckt auch. um ein bisschen weh. So direkt beim ersten Mal. Ey. Willst du mich umverarschen? ich weiß, das steht bei mir ja, ich weiß wie soll man das schaffen? das muss ich jetzt mal ausprobieren da muss ich aber mal das kann man doch nicht schaffen wie kann man das schaffen? das schafft man doch nicht da muss ich mal kurz da muss ich mal kurz in Game Mode gehen also kreativ das kann man doch nicht schaffen das kann man doch nicht schaffen das ist hier ein bisschen doof das kann man doch nicht schaffen dafür ist noch die Ecke da bisschen zu kurz das schafft man doch auch nicht doch das könnte man schaffen oh, das war jetzt fail von mir das schafft man und da oh, fast das ist schon wieder so was schweres muss ich tut mir leid, dass ich das im kreativen Mund mache ich will aber gucken, ob das überhaupt geht also das und da geht definitiv ich will jetzt kein Pro-Springer aber leck was war das denn? mach ich einfach von hier aus nein nein ah, man oh, warte mal aufzubrennen, aufzubrennen das war knapp nochmal ich fliege immer zurück ja, ich weiß ich bin scheiße aber da ich nicht so gut im Jump bin weil ich mich sehr eke da vermutlich nicht kriege vermutlich nicht kriege so das ist sehr komisch das ist sehr komisch ja, leck mich ja, leck mich ja, leck mich ich habe es nicht zu verarschgen ich muss lecken ich muss mich leck mich war was so ich habe gedacht das wäre einfach nur geheimnis ich kann das ja einfach nur zum abschrecken okay ich weiß das war jetzt nicht so falsch und abschrecken ich will mal eben gucken was die anderen so hatten ich will nicht ich kann auch noch mal schwer machen Labyrinth ich werde mich gleich eh wieder ja das weiß ich ja klasse hier war die Kiste hier 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 So, geh öffne Frage und bekommst du ein Wuppe. Krasse. Ja, davon nicht zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob die Lust, die kommt. Ich hab die so trage noch brauchbar. Nein, 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 nein. Nein, ich wacke. Ich wette, ich wette. das könnte wo auch oder Max? Scheiße. Ah. Aua. Aua. Gitarra oder Gitarra? Was anderes. Hah, wie gemein.